Schön, dass wir mit dabei sein können als Techniker Krankenkasse. Wir sind Kooperationspartner hier im Barcamp und wir freuen uns ganz besonders, wenn die Zukunft denn schon heute anfängt und zur Zukunft gehört die Gesundheit von uns und deswegen freuen wir uns, dass wir heute viele innovativen Menschen hören können, dass wir mal nah dran sind an Ideen mitgestalten können und von daher wünschen wir dem Barcamp und auch allen Beteiligten viel Spaß. Also virtuelle Realität mit all ihren Facetten, Augmented Reality, Mixed Reality und so weiter haben einen wesentlichen Schwerpunkt in der zukünftigen Ausgestaltung von Gesundheitsmanagement, Training, so trivial das klingt, aber in VR kann man halt Dinge tun, die man in der Realität nicht tun kann und da gibt es ganz, ganz neue Möglichkeiten und da sollten wir sehr gespannt drauf sein. Die Bronze Gesundheitswirtschaft wird außerordentlich von der Zusammenarbeit mit dem Cluster IKT und von künstlicher Intelligenz profitieren und zwar sowohl bei Prävention, Diagnostik und Therapie. Wir haben in 2012 mit diesem Format Barcamp angefangen und es war mir sehr wichtig, dass wir die beiden Branchen, die IKT-Branche und die Gesundheitsbranche in irgendeinem Format zusammenbringen, dass die sich austauschen. Wir haben jetzt das siebte Barcamp in diesem Jahr mit 200 Anmeldungen, das ist also mehr als wir erwartet haben und wir merken, dass es genau das richtige Format ist, um diese beiden Branchen zusammenzubringen, Ideen auszutauschen und zu neuen Projekten zu kommen. Das ist uns als Berlin Partner für die Wirtschaftsförderung sehr wichtig. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020